um die organe mit der bestmöglichen versorgung oder den organen die bestmögliche versorgung zu geben nützt man einfach diese verbindungsstrukturen und wir werden dann sehen was passiert und um an diese verbindungsstrukturen zu kommen wäre es ja ganz nützlich wenn wir wüssten wo wir da so sind und da bieten sich die arterien sehr gut an manchmal auch die venen wenn die die leber behandeln dann mache ich das meistens über die venakava für zu weit aber machen wir bleiben jetzt mal bei der arterien und die haben eindeutiges es gibt nichts was sich anders anfühlt als arterie zum einen pochzt oft puls synchron natürlich und dieses auf dieses gekreise dass man wahrnehmen kann wenn man das mal weiß wie sich anfühlt und von dort aus beginnen wir so schaut es dann aus um dann eben noch weiter um das falls es hier die innere spiralförmige dynamik nicht mehr gibt oder nur sehr sehr minimiert der patient der mensch das verloren hat dann können wir von dort aus starten dass das im grund genommen hier noch in dieser richtung kreist aber das hier in der mitte fehlt man kann das auch zu anderen dingen machen als ich behandelte auch ganz viel andere beschwerden oder andere dysfunktionen die niere im herz auch kranial kann man da ganz gut arbeiten wenn man mal einen zugang dazu aber wenn jetzt diese innere spiralförmige dynamik fehlt dann wollen wir hier uns auf dieses äußere spiralförmige kreise einlassen verbinden das dann mit der fasziellen struktur die da irgendwo in bezug dazu steht und dort dazu dann die neurovegetative versorgung ist da hat in der regel ganglieren und wenn man dann diese trinität der verbindungsstrukturen der versorgungsstrukturen und der steuerungsstrukturen beieinander hat dann können wir es eigentlich schon loslassen das einzige was wir machen müssen ist durchlässig sein nicht drauf sitzen auf dem patient sondern raum geben